So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses der Dicke, es ist jetzt 13.04 Uhr. Um 14 Uhr sollte der Hannes eigentlich mit dem Zug kommen. Jetzt hat sich der Zug verspätet, der eine, der erste, der ICE. Das heißt, er kommt zwei Stunden später an, erst 16 Uhr. Das ärgert mich schon ein bisschen, weil erstens ist die Karte für den ICE natürlich teurer als Regionalzüge. Und dann ist auch noch Verspätung, aber gut, das hätte ja mit dem anderen auch passieren können. Aber das ist schon wieder, da kommt wieder alles zusammen, was wieder falsch läuft. 50 Euro vier Stunden ist ja für mich angenehmer als 80 Euro vier Stunden, aus denen dann sechs Stunden werden. Also ja, aber was will man machen? Ich freue mich ja, dass der Hannes überhaupt heute kommt. Der bleibt ja dann eine Woche da, will am Wochenende auch den Roll Rumble schauen zusammen. Wir wollen am Donnerstag auch die Wintermeile machen mit Natururin und Bianca. Und der Brösel ist auch dabei. Das ist ein Special Guest, kann man jetzt auch schon mal ankündigen. Und gleichzeitig haben wir heute eine Maxout Monday-Folge. Aber als kleinen Tipp noch, wenn ihr noch keinen Spezialtausch heute gemacht habt, achtet drauf, dass das Event, was momentan läuft, wenn ihr nicht wisst, welches, guckt mal in euren Heute-Tab. Da steht nämlich hier, glückliche Wünsche, Mondneujahr. Das ist der Bonus vom Mondneujahr gewesen. Und das ist das Mondneujahrs-Event. Ihr könnt ja momentan zwei Spezialtrades pro Tag machen. Also einen zusätzlichen durch das Event, einen sowieso. Nutzt das bis heute Abend 20 Uhr, dass ihr eure zwei Spezialtrades noch macht. Wenn ihr nach 20 Uhr tauschen wollt, dann könnt ihr nur noch einen machen. Also macht vor 20 Uhr noch eure zwei Spezialtrades und macht vor 20 Uhr am besten auch noch Geschenke, weil es immer noch die erhöhte Glückschance gerade gibt für Glücksfreunde und so weiter. Jetzt aber, ich habe wieder ein Titel-Pokémon rausgesucht für Maxout Monday. Ein Pokémon, was ich maxen möchte auf Level 50. Und dann fünf Vorschläge von euch aus der Community, die ihr immer in die Kommentare schreibt unter die aktuelle Maxout Monday-Folge, die ich annehme, vorausgesetzt, ich habe ein 100%iges von eurem Vorschlag und genügend XL-Bonbons, um das zu maxen. Mein Titel-Pokémon wird diesmal Sazenia sein. Wir haben zwar schon ein Sazenia auf Level 50, aber ich schleppe schon seit Zeiten dieses 100%ige Krypto-Sazenia mit mir rum. Wenn ihr wüsstet, wie viele 100%ige Krypto-Knofenzer ich mittlerweile habe, das ist 1, 2, 3, 4, 5 und eigentlich 6, aber eins habe ich schon entwickelt zum Best Buddy gemacht. Das war nämlich, glaube ich, das Erste, was ich je bekommen habe. Und da denke ich, wird es Zeit, endlich mal eins hoch zu hauen auf Level 50 mit 360 XL-Bonbons. Kommt auf 2.748. Und wenn wir das wegmachen, seht ihr, dass jetzt genau beide die gleichen WP haben. 2.748. Welches gefällt euch besser? Dieses helle, freundliche oder dieses aggressiv stinkende. Das hat wenigstens noch einen Aufkleber, damit es niedlich aussieht, aber eigentlich gucken eh beide böse und beide sehen gefährlich aus. Das ist mein Titel-Pokémon für heute. Regi-Eis habe ich zwar genügend XL-Bonbons, aber kein 100er. Habe bestimmt schon 4 oder 5 98er mittlerweile. Ich habe dann aufgehört zu raiden. Ich habe gedacht, komm, das Ding ist eh nutzlos. Du raidest nicht mehr, du raidest, bis die Bonbons voll sind. Und dann tauscht du. Du weißt eh nicht, was du tauschen sollst. Also tausch Regi-Eis. Andere Pokémon, die nützlicher sind, wie die Yalga, wenn man da keinen 100er hat, da kann man ruhig mal weiter. Weiter raiden und dann, wenn man das 100er hat und hat 1000 XL Bonbons gemacht, dann kann man auch mal 2-3 hochziehen, auch ein 98er oder ein 96er. Ist ja trotzdem eher ein starkes Pokémon, bei Regi-Eis nicht. Deswegen möchte ich da kein Geld dran verschwenden und das eben über den Glückstausch probieren, bis das kommt. Bei Viridium hat das ja auch funktioniert. So, das ist mein Titel-Pokémon. Welche Vorschläge habt ihr gemacht? Ich gehe mal auf das letzte Maxout-Money-Video, gehe in die Kommentare und gucke jetzt mal hier unten rein. Niklas Mann hat gesagt, Uhafnia, Matrifol, Hydragil und Quiekel. Uhafnia. Ja, ich weiß auf jeden Fall, dass bald der FM Community Day ist. Das heißt, ich würde mit FM und Uhafnia jetzt erstmal warten. Schau mir aber mal Matrifol an. Haben wir leider nicht genügend XL. Hydragil und Quiekel hat er noch vorgeschlagen. Hy-Hydragil, auch nicht genügend XL und Quiekel. Quiekel. So, Mammutl haben wir schon gemaxed. Keifel haben wir nicht gemaxed. Ich würde sagen, wir maxen hier eins aus der Familie weiter raus und zwar eben dieses Keifel auf 2652. 52, dann ist es kein Quiekel, aber ein Keifel, weil wir wollen ja eigentlich immer das Endprodukt maxen. Und wenn das Endprodukt schon ist, dann die Vorstufe. Deswegen sagt nicht Quiekel, sagt Mammutl. Und dann, wenn Mammutl schon ist und Keifel auch schon ist, muss ich trotzdem Quiekel machen. Also eigentlich ist es egal, was ihr sagt. Schreibt einfach irgendwas, ich werde mir schon das Passende raussuchen. Haben wir also ein Keifel gemacht mit 2652. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz nachgucken. Habe ich überhaupt beim Sarzenier, da ich habe das Level 50, den Level 50 Tech vergessen, fällt mir ein. Muss ich noch dran machen. Mann, was ist denn heute los? Der Akku ist halb leer, viertel leer. Dreiviertel ist er leer, weil es nur noch viertel da. Sogar noch weniger. Da reagiert das manchmal schlecht. Also Niklas Mann mit dem Keifel Maxout 1 von 5. Vier fehlen noch. Pizzabode Zeus. M wie Maxout Monday. M wie Meganie. Guckt mal mal auf Meganie. Ich weiß, das ist ein Pflanzenstarter. Und ich habe damals schon mal ein Video gemacht, wo wir alle Pflanzenstarter auf Max gepusht haben. Seht ihr hier Meganie. Aber wir können natürlich Loreblood pushen. Ist das das Höchste? Die scheinen relativ gleich zu sein. Ich werde hier den Namen also mal wegmachen und würde sagen, wir nehmen einfach Loreblood. Dann geht es in der Familie weiter. So. Pushen hier auf 1,644. Damit wir auch Meganie, Loreblood und irgendwann in Divya haben. Das kommt auch jetzt also auf Level 50. Level 50 Tech. 1644. Was auffällt, ist das. Aber das wollte ich mir auch aufheben als Titel-Pokémon. Und jetzt nicht einfach machen, dann hättet ihr nämlich einen 100% Level 50 Krypto-Mega nie. Aber das will ja keiner sehen. Das lassen wir jetzt erstmal weg. Zweiter Punkt. Pizza, Bode, Zeus. Timo. Die zwei schönsten. Ramses und Jenna. Habe ich leider keine 100%. Und bei Jenna fehlen mir, glaube ich, XL Bonbons. Muss ich also weitergehen. Kevin Pohl. Grüße, Ramses. Jenna. Voltula. Kannst du sehr gut in der Hyperliga spielen? Aqua. Warte mal. Ich schlage vor. Ich komme zu den Vorschlägen. Ich schlage vor Schlingking, Kabukime und Galaflampivian. Kabukime habe ich keinen 100er. Schlingking habe ich keinen 100er. Habe nur den täglichen Raid gemacht. Erst wenn die Shiny sind, raidet man mehr. Die Kabus kommen ja jetzt wahrscheinlich als Shinies. Wir können aber nach Galaflampivian schauen. Ähm. Flampivian. Galaflampivian ist auf 50. Was ist mit Galaflampivian? Ist nicht auf 50. Können wir aber auf 50 machen. Dann ist diese Familie auch schon komplett voll. Kriegt jetzt ja auch den Level 50 Tag. 1.630 WP. Und damit ist es. Das wird Level 40 sein oder was? Oder 35? Ich glaube das ist Level 35. Das ist Level 50. Seht ihr mal den Unterschied. 1.2 zu 1.6. Ansonsten sind die ja, auch wenn Galaflampivian ist und normal, haben dann die gleichen Werte. So, ist dann der dritte Punkt an den Kevin Pohl und zwei stehen noch aus. Hier ist Balou. Hypo, Hypo Tudas, Rosana Hundemann. Hypo Tudas, Rosana Hundemann. Rosana. Hammer auf 50. Kusilla. Habe ich kein Hunder da. Hypo Pudas. Da muss ich mir, da muss ich mir noch was überlegen. Also geh mal auf. Hundemann. Mal kurz schauen. Hier, Hundemann ist auf 50. Hunduster ist nicht auf 50. Wir pushen also Hunduster auf 50. 1395. Und haben diese Familie auch voll. Kriegt also auch hier einen Tag dran. Das ist schlimm. Ich muss mal einfach Hund 100. Wer nennt das denn so? Das ging ja richtig blöd. Mega 100 passt. Das ist immer so. Damit ich auch, wenn ich Mega eingebe, dann das finde. Also Balou. Vierter Punkt. Ein Vorschlag kommt noch dran. Bierschanga Matrifol. Haben wir ja gesehen. Habe ich keine XL. Lucario. Habe ich kein Hunderter. Und keine XL Bonbons. Mittlerweile genug Labras Bonbons. Leider auch nicht. Wir können aber mal kurz nachgucken bei Labras, wie der Stand ist. Weil wo sollen die herkommen? Es gab ja keine Labras Raids. Labras gibt es nicht in Eiern. Labras spawnt nicht wild. Labras aus Feldforschungen. Gibt es das? Ich beschäftige mich mit den Feldforschungsaufgaben nie. Wenn ich aber genügend Bonbons irgendwann mal hätte, würde ich nicht dieses hochziehen, sondern dieses mit der Schleife. Das kam damals aus einer Feldforschung. Das war richtig genial. Also in einem Event war das mal irgendwo drin. Und das fand ich voll cool. Also das würde ich gerne mal hochziehen. Aber ich habe nur 46 Bonbons. Dauert also noch. Ich gucke erstmal nach Sengo, weil das ist ein alleinstehendes Pokémon und ist schon auf 50. Können wir das abhaken. Inikoro hat bestimmt bisher noch keiner vorgeschlagen. Doch. Inikoro ist auf 50. Machen wir einfach Iniko auch auf 50 und sind dann damit auch fertig. Kommt auf 835. Haben wir diese Familie auch voll. Hab auch eh schon wieder vergessen. Was das andere war, was er noch gepostet hat. Deswegen hier noch den Tag dran. Level 50. So, das waren jetzt alle Vorschläge. Willi hat er noch gesagt. Danke natürlich an den Rest, der auch Vorschläge gemacht hat. Nicht traurig sein, wenn euer Vorschlag jetzt nicht drankam. Ihr seht, so viele Vorschläge waren es ja gar nicht mehr übrig. Und es ist dadurch, dass wir gerade die Familien maxen, am Anfang natürlich schneller, mal in den Hit zu landen und dran zu kommen, als wenn es dann wieder komplizierter wird, weil die Familien auch voll sind und euch die Vorschläge ausgehen. Dann sind wir wieder an dem Punkt, dass wir alle Kommentare durch sind und immer noch Vorschläge frei haben und dann von anderen Leuten einfach zwei maxen, obwohl einfach eins normal reichen würde. Also wenn ihr versteht, was ich meine. Wir haben ja jetzt eine kleine Regeländerung eingeführt. Seitdem läuft das besser mit dem maxen und ich bin immer noch auf eure Kommentare angewiesen. Wenn ihr also dran wart, aber noch Vorschläge habt, schreibt die wieder unter dieses Video. Wenn ihr nicht dran wart, weil ihr zu spät wart, dann schreibt euren Vorschlag trotzdem nochmal drunter. Wenn ihr ganz andere Ideen habt oder irgendwas Aktuelles seht und sehen wollt oder was eure Lieblinge sind, die ihr gern sehen wollt, dann schreibt das drunter. Das war es von meiner Seite aus. Beim nächsten Mal wieder Max Out Monday. Ich weiß gar nicht, wann der Hannes fährt am Montag. Der kommt Montag und fährt Montag. Vielleicht kann ich die nächste Max Out Monday Folge mit dem Hannes zusammen aufnehmen, bevor er dann fahren muss. Das wäre cool, weil die letzte Folge haben wir ja mit Genaya zusammen aufgenommen. Und dann können wir die nächste dann mit dem Hannes machen. Bis dahin. Peace out for out. Euer Ramses. Und ciao. Heute Abend. 20 Uhr chill mit Ramses und Hannes. Ciao.